und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video zu einem making of quasi und einem kleinen unboxing im hintergrund seht ihr es schon meine neue kamera ist endlich angekommen die lumix gh3 von panasonic ich habe jetzt alles auf meinem wick montiert alles ist fertig mit dem rode mikrofon es hat einen schönen ausklapp display den man drehen und wenden kann wie man will sehr hochauflösende videos kann ich damit machen und ich habe alles vereint quasi kompakt auch den fokus kann ich jetzt ja mit meinem zoom rad oder mein fokus rad gut bedienen ja jetzt seht ihr auch hier schon so ein kleines test video mal um eindruck zu bringen wie gut die video qualität ist und ich finde die echt beeindruckend ist in full hd kann sie aufnehmen mit 50 fps pro sekunde gibt es verschiedene modi mit 72 mb pro sekunde detailschärfe aber darauf möchte jetzt nicht genauer eingehen hier seht ihr dann das zoom mit dem ich so quasi die atmotöne aufnehmen die umgebungsgeräusche und ich finde es eine sehr gute sache die qualität ist besser als bei meiner alten ich habe einen dreh und schwenkbaren monitor ich kann mein mikrofon direkt anschließen brauche also nicht mehr das zoom dafür und kann das wirklich rein als atmosphäre mikrofon nutzen und es vereint quasi kompakt alles auf meinem schulterwick und hat auch sehr coole features wie zum beispiel eine slow motion funktion die einfach direkt intern auf 40 prozent gestellt werden kann dann läuft das video halt nur mit 40 prozent geschwindigkeit und im gegensatz dazu auch mit 300 prozent also quasi eine zeitraffer funktion super detail genau ist es ich muss doch die perfekte videoeinstellung finden aber fürs cgs go movie werde ich das auf jeden fall tun hat mich gefreut dass ihr wieder zugeschaut hat habt und ich hoffe euch gefällt die kamera genauso gut wie mir bis zum nächsten mal schau schau